Die Linie 30 von Neuenweide Was hat sich zum letzten Mal geändert? Wie man sieht, die Verspätungsanzeige im Neoplan funktioniert jetzt Und der Bus war auch in der Lackiererei Hat jetzt also das RVB-Layout Der Bus dahinter noch nicht, der ist noch rein weiß Warte jetzt noch ungefähr eine Minute War einfach so mit einer Minute Verfrühung los An der ersten Ampel hat sich das dann meistens eh erledigt Des Weiteren habe ich Omze jetzt von meiner normalen Festplatte auf die SSD gepackt Was sich dann doch während der letzten Probefahrt zumindest erheblich bemerkbar gemacht hat Was die FPS hier in Rheinhausen betrifft Die KI-Busse, die Solaris, habe ich jetzt ausgetauscht auch gegen Florians Mercedes Was sich auch deutlich in den FPS bemerkbar gemacht hat Oh, nochmal das Spiel ein bisschen leiser gemacht im Hintergrund Alle Leute drin Tür zu, wird geil draußen Licht noch anmachen Und dann geht er los Nächste Haltestelle Elsa Brandströmweg Jetzt ist mir doch dieser blöde Idiot anscheinend reingekracht, während ich rausgezogen bin Das ist wieder mal so typisch Die ganzen zwei letzten Probefahrten auf der Linie, jeder frei Jetzt hat man Leute dabei, die über die Schulter gucken Was passiert Irgend so ein Depp kracht halt in die Kamera rein Erste Station, da sind noch nicht so viele Leute drin Ein Aussteigen Neue Opfer rein in den Bus Weiter geht's Nächste Haltestelle Klingt wie Nein, es tut mir für alle Leute, die leid, die nicht das Glück gehabt haben, schnell genug zuzuschlagen bei dem Bus, um auf dem legalen Weg zu bekommen Ich werde jetzt auch noch diese Folge mit dem abdrehen Und für die Linie 20 werde ich dann einen anderen Bus nehmen, damit auch mal wieder ein bisschen Abwechslung bereit kommt Das ist einmal die nächsten Haltestelle Neue Opfer Oh Mann, das sieht nach Stau aus Seht ihr? Da ist meine Minute Jeder da hinten Die Kais natürlich auch so schlau Die wollen alle links abbiegen und fahren die Kreuzung zu Was darauf zur Folge hat, dass der restliche Verkehr sich auch bis zum Ende der Welt zurück staut Und da tut sich jetzt aber erstmal nichts Dementsprechend werde ich jetzt mal ganz kurz die Aufnahme anhalten und dafür Sorge tragen, dass die weg sind So, und da bin ich auch schon wieder Hat sich etwas beruhigt das Ganze Dann warten wir jetzt auf grün und dann geht's ganz normal weiter Also, wie man das macht, ähm, man geht halt mit F4 aus dem Bus raus und springt ein paar Kacheln weiter Mit der rechten Maustaste und wenn man dann wieder mit F1 in den Bus zurück geht Dann hat sich so ein Verkehrskneule aufgelöst im Normalfall Wenn man weit genug weg macht, dass die Kacheln neu geladen werden muss Oh, die Warnmühle könnte das jetzt mal langsam grün werden So, auf geht's um Die Warnmühle könnte sein Ja, aber so wird Tut mir leid Leute, dass ihr ein bisschen im Essen stehen müsst Und ein Stein, bitte. Hallo. Danke. Hallo, hallo. Hallo. Nächster, Hauptfriedhof. Hat ich wohl jetzt schon doppelt gedrückt. Tja, ihr könnt ja mal reinschreiben in die Kommentare, welchen Bus ich nehmen soll. Ich habe eigentlich 15 Meter Solaris, den 12 Meter Solaris, den N2, den Neoplan weiterhin, den 305, den Yeltsch, oder wie auch immer man den auch spricht. Mein NL202 habe ich hoch. Sagt mir einfach, was ihr haben wollt. Und ich fahre, da sollte sich bis dahin keiner melden. Ich denke mal, ich werde mit auf der Linie 20 dann den 15 Meter Solaris nehmen. Achso, den Settra habe ich auch. Den habe ich mir aber vorgenommen für die URL-Tour, also für die 101 dann zu nehmen. Navin. 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 Nächste Haltestelle Mangelheimer Straße. Umsteigemöglichkeit in Richtung Diakonissenkampenhaus. Hallo. Hallo. Hallo? 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 Halt's got the kind of thing. I'm not so stupid, sir. Hallo? Wow. Wir gehen am nächsten Mal mit Regenfall vielleicht noch ein bisschen mehr regnen lassen. Bis jetzt merke ich da noch keine großen Auswirkungen. Wir gehen am nächsten Mal. Wir gehen bei Sorge tragen, dass wir wieder häufiger oder regelmäßiger meine Videos bereitstellen. Das Problem an der Sache ist, ich bin berufstätig, bin im Außendienst und habe dann nach irgendeinem langen Tag auch nicht unbedingt jedes Mal Bock, mich abends an den Rechner zu setzen und wieder zu spielen. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Nächste Haltestelle, Robert Koch aus Universität. Hallo! 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 Nein, it's all right. Okay. Stabil war fast eine Minute Verspätung durch die kleine Kreuzung da hinten. Aber das sollte ja nicht das Problem sein. Eine Minute wird ja noch als okay in der Endabbrechnung angesehen. I can do it. In der Mitte. In der Mitte. I can do it. I can do it. I can do it. I can do it. Good job. Good job. Hello. I can do it. Moment. Durch Stadtbahn sowie in Richtung Gickenberg mit drei Klazen. Passt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 die City Line Wir wollen schön gut zu oben fahren Wir wollen uns jetzt Manfreds Popometer übermäßig Anspruch wird Fertiger Gut 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 Hopp, 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 hopp Nächste Haltestelle Und passt Und passt Und passt Und passt So, bei den Bussen, die ich vorhin aufgezählt hatte, ähm, waren es nur diese, äh, sicher der ganze der DD, meinen DD haben wir auch, aber, ich weiß nicht, der passt irgendwie nicht überall rein, meiner Meinung nach. Guten Abend. Guten Abend. Nächste Haltestelle. Reichen für die Mitte. So, wie weit müssen wir denn noch Verspätung eingerollt? Rheinstraße. Ich bin Station. Die ganze Grünphase verpasst, oh Scheiße. Neun Minuten noch. Neun Minuten noch müsst ihr mich ertragen. Oder halt vorher das Video ausmachen, kann höher sein. Vielleicht sollte ich auch damit anfangen, wie die anderen nur 15 Minuten Videos zu drehen. Anstatt eine halbe Stunde. Hm, was meint ihr dazu? Ich bin ein bisschen stark, aber kein Weinbau, wie wir raus. Das rechnet's gar nicht. Ja. 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 17. 1,2 Vs. 6. Musik Ich habe einen SSH-Digital-Soundtrack-Kanal am Laufen Aber das darf man ja nicht mehr so machen Und ich denke mir einfach nachgeben auf den Zack Selbst was ihr seht, da ist so ein hästiges, rotes Grins im Gesicht Und das wollen wir ja nicht Aufstehen Aufstehen Auch gleich durchgelaufen Da steht jetzt vorne rein in den Haus Und nicht sogar Tiefrot Kollege, tiefrot Tiefrot Aufstehen Ich möchte auch wieder mit dem Reinhauen Die Stelle angucken Hallo Hallo Da geht's Aufstehen Ich bin noch mal Das ist er Aufstehen Und Dann Ich bin noch nie Ich bin noch nie Einschneiden Abstehen Im Schwerdmöglichkeit In Richtung Nordau Larental Entwickeln Hier Die 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 20, die 10 und die 1 und die 1. Die 1. Ich bin rein draußen durch und ja, können sich eventuell schon mal Gedanken machen, welche Karte ich dann als nächstes angehen soll. Boah, find der Scheiße. Ja, das erste Mal, Hura. Ich habe im Angebot von Kinzau, Römerberg, Essen. Nein, das sind die Hauptkarten, außer denen die Standard-Essignisse dabei sind. Wenn wir die eine oder andere Karten machen wollen, können wir auch machen. Klar kein Thema. Nächste Teil der Stände. Ja. 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 Raus. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung des ZDF, 2020 Blinken wir mal links und hoffen wir, dass die einen reinlassen. Nächste Haltestelle, Bauernfeldstraße. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020